Hör mal, jetzt ist mal Schluss mit Reklame. Wer von euch hat schon mal so was richtig Gutes gemacht? Also, für die Mitmenschen, ja, nicht ein Euro in Klingelbeutel. Mann, Mann, Mann. Stellt euch mal vor, so eine Oma, die nix mehr sagt. Also, gar nix mehr. Ja, das ist nicht zum Lachen, da musst du was tun, aber mal sofort. Also erst mal auf festen Untergrund legen. Gucken, ob die noch atmet und Puls hat. Wenn nicht, dann muss es aber zackig gehen. Wichtig, gleich mit 112 den Notarzt rufen. Kein Puls und keine Atmung bedeutet sofort mit der Herzdruckmassage beginnen. Schön regelmäßig und bloß nicht aufhören. Und wenn es nicht mehr geht, lasst euch von anderen helfen. Da kannst du nichts falsch machen. Und erst stoppen, wenn der Arzt kommt. Im Jahr können 200 Menschen in Wiesburg überleben, wenn alle mitmachen. Du, ich drück dich. Leben retten kann jeder. Siehste? Weiß Bescheid. Weiß Bescheid.